hallo zusammen willkommen im wochenende es ist schon samstag gestern wie angekündigt kein stream dafür heute ist bei mir ein bisschen leiser machen dann spreche ich euch die ganze zeit so an also wo hat vergangenheits last mich dann rausgelassen überall everything's on fire okay 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 wir irgendwo noch ein gegner nachher der freund die durch feuer zusammengeschweißten zwillinge und hier hinten war noch irgendwo so ein großes totem ding ich glaube ich beim rumfahren gesehen ich weiß nicht mehr wo das war das hier oben irgendwo war noch so ein fettes skelett totem ja mal gucken er hat mindestens drei ads dabei pikiniere und einen hänker ich würde sagen wir versuchen uns einfach mal direkt daran zu wagen ich habe gerade schon während des intros einmal identifiziert wer dort hat einen neuen gürtel bekommen mit plus lp und dafür hat madora den alten bekommen mit plus initiative wir heilen jetzt noch mal das können und dann wagen wir uns mal vorsichtig ran ölfass hilft uns nicht wasser fahrs maybe auf jeden fall aber gleich der regen wieder den konntest du na ah hier war das genau hier das zieht kürze die wird auch irgendwann machen make it rain und dann let's go ok geht gut los den werde ich wahrscheinlich nicht umfragen können darum fangen wir mit den ads an da kommst du nicht hin kommst du kannst direkt noch mit wirbelwind angreifen ein krit sehr gut so du beschwörst mal bitte einen untoten krieger machst dich unsichtbar fängst du an in die richtung zu gehen du hast dich nicht unsichtbar gemacht ok gut dann halt nicht so so dahin so du machst bitte die präzisionshaltung damit du auch triffst und dann einmal durch die reihe weg reicht noch für normalen angriff nur auf den machen wir und du machst den rambock auf den leider nicht niedergeschlagen schade aber drauf können wir auch nicht mehr ok ja also dich mehr auch noch das kannst du noch mal wunde verursachen kann ich bluten schade machen wir den so au ähm krieg den kaputt nice einer weniger ähm du könntest schon Heilung brauchen so dann aus weil du es kannst was machen wir mit dir wenn du dich nicht unsichtbar machen willst ähm jetzt stehst du natürlich unwünstig du musst erstmal irgendwo hin wo du jemanden siehst was hast du noch für schöne pfeile dabei energie wolke rauchwand hast du noch irgendwas im momentar Eis wäre vielleicht nicht verkehrt wasser wasser klingt doch gut gegen die damit die weiter ich meine nass sind sie schon vielleicht dann doch Eis ich glaube der hänker den möchte ich erstmal weg haben ach warte mal das hat radius das trifft meine eigenen leute das ist weniger gut dann einfach nur den silbernen pfeil werden wir sogar wieder bekommen kriegen wir den pekin hier schnell weg kriegen wir nice ähm eine Heilung wäre für dich ganz gut und dann wartest du der wird sich nicht niederschlagen lassen aber der vielleicht immun gegen niederschlag awesome dann müssen wir den so hauen so du kannst hier schon weiter damage verursachen das finde ich gut das machst du sehr schön Eis das trifft nur ihn ja trifft ein Ziel der kann nicht einfrieren okay waren versuch wert hast du noch moves die wir brauchen können du bist immer noch in präsidionshaltung Trifffahrscheinlichkeit 30% hoch das ist gut dann trifft doch da mal warum ist der Bogen schon wieder kaputt oh ist in ihm hängen geblieben okay einmal sehr gut nur noch der Große nur noch sachter du hast ganz schön was abbekommen könnte ich gleich heilen wenn Kira dran ist bis dahin musst du bitte noch draufhauen so einmal Regeneration auf dich was kann sie noch machen für die anderen Sachen reicht es nicht mehr unbedingt außer vielleicht Schattengang diesmal wirklich habe ich mit dir nicht auch das helfen wo ich jemanden löschen kann scheinbar nicht dann musst du draufhauen schöner Crit und wir brennen weil wir ihn getroffen haben so du löscht mal sein Feuer du hast gar nichts zu meilen das ist schlecht das ist schlecht wenn du wirst noch geheilt aber viel mehr können wir für dich gerade nicht tun du bist kein heraufbeschworenes Wesen wahrscheinlich nicht kann ich dahinter laufen und dann noch angreifen wahrscheinlich nicht beides nicht ganz nächster Zug schieß drauf wieso verfehlst du Sun hallo grüß dich und Chucky hallo da fliegen die Kätzchen durchs Bild es fühlt sich ein bisschen so an du nimmst nochmal eine Mahlzeit zu dir dann haust du nochmal drauf ähm okay das Totem belebt anscheinend Leute wieder nach einer Zeit das ist schlecht das ist nicht gut das habe ich nicht kommen sehen well fuck die müssen ganz dringend wieder weg das erklärt aber auch warum die so schnell kaputt gegangen sind beim ersten Mal weil geplant ist dass die wiederkommen ich könnte ihn jetzt von hinten kritisch treffen eventuell dann beschwören wir hier einen Krieger Regen kostet vier hallo Mark ja tun sie okay okay du stehst voll im Feuer das müssen wir ändern kommt nochmal raus können wir einen Querschläger abfeuern wir können uns nicht bewegen weil dann kriegen die Attack of Opportunity scheißen hey mach mal ein Skelett nicht kaputt ich brauch den noch was soll das Arsch äh dann geh ich schon ach dann kriegt der Gelegenheitsangriff das ist doch nicht wahr au Madora stirbt das werde ich wahrscheinlich nicht ändern können kannst du da angreifen oh Gott hat er viel Leben ähm dann brauchen wir erstmal wieder Regen und dann hauchst du einfach drauf mehr kannst du das da ausgrad nicht machen du allerdings kannst auf das Ding ballern jetzt nur einmal ich hoffe ich mach die Truhe nicht kaputt so dann kannst du da mithelfen die ist mit einem Lebenspunkt stehen geblieben ich liebe diese Fähigkeit gib ihm schade äh warum ist der ängstlich das habe ich so nicht bestellt du klausst immer ein bisschen Lebensenergie und dann haust du nicht mehr drauf weil du nicht mehr Wunderpunkte hast da kommen wir mal den erst weg oder auch nicht was hat der gemacht? Madora getötet hat er dann beleben wir sie doch mal wieder so schnell ist das hier nicht vorbei der geht doch auch langsam down ich hoffe bevor er nochmal was beschwören kann aber jetzt nicht genug Aktionspunkte Strom betäubt hätten wir vielleicht schon eher machen sollen sehr gut dass du brennst ist nicht so gut das kann ich aber von hier aus gerade nicht ändern nö also feuern wir weiter nochmal nochmal draufkloppen geht nur einmal dann belebt er alle wieder natürlich ist das kacke damit treffe ich zwei mit umlaufen das war nicht umlaufen das war auch im schubsen aber auch okay so zwei am Boden kira ist tot kira wird wieder belebt und dann direkt rest in peace welcome back nochmal rinse and repeat was ist da passiert war ich nicht am zug mit ihr muss ich nicht verstehen was da gerade passiert ist oder hast du eine Wiederbelebungsrolle hast du nicht cool dann hol doch nochmal so ein und dann frier doch mal den Henker ein kannst du nicht okay ist auch keine Rolle mehr ne du hast noch eine Rolle rip and repeat peaks du gehst auf den Henker volle kanne drauf auch wenn du dadurch brennst wir haben euch schon so oft jetzt kaputt gemacht ich glaube ihr solltet einfach mal entspannen jetzt bringt aber nichts die immer wieder kaputt zu machen wenn die immer wieder kommen du kannst die ein bisschen beschäftigen hier du versuchst nochmal den einzufrieren sehr gut und dann kannst du noch eine Heilung raushauen auf sie und dann wartest du meanwhile steht ein bisschen nah dran aber sie kann auch nichts anderes treffen in der Zeit ein Feuerangriff ist wahrscheinlich nicht clever gegen die die ne triffst du den naja ist zu nah dann spar dir die Punkte lieber einen Moment kommen dir gleich zu Hilfe den kaputt bevor es nochmal am Zug ist nicht wenn wir immer daneben hauen ja ist ok dich mal pritzeln sehr gut das geht von hier aus nicht ähm das ist eine gute Frage aber du hast es live erlebt hier kann sie sich wegbewegen nicht ohne einen Angriff zu triggern das kann sich hier hinstellen krit sehr gut aber er kommt auf jeden Fall nochmal dran was macht er nichts ok werden auch alle leben das gibt's doch nicht ähm so du springst mal zu dem gut und dann kannst du den abschießen komm schon es reicht nicht es reicht nicht sie kommen nochmal wieder ist das ätzend komm schon ja geht doch so äh dich greif mal direkt an dann auf den zielen wenn es den anderen trifft oder auch nicht rambok pieksen ne ich finde mein Fleisch eigentlich ganz gut danke und auch du darfst rambok du kannst nicht cool sehr cool dann schubst den mal dann gehst du in die Richtung ähm zählst du als Beschwörung jetzt wo du wieder belebt wurdest nein dann gib mir mal deine Energie aufkriegender als du 100% Trefferchance finde ich eine feine Sache äh mein Bogen ist kaputt das ist kacke und draufhauen du hast keinen Bogen mehr das ist unschön äh dann zieh doch mal hier deinen Starterbogen an erster Encounter geschafft allerdings mit herben Verlusten so Heilung auf dich kannst du auch nicht wir nehmen das Gold mit Stab Stiefel Rüstung sonst irgendwas hier an Loot nein guck mal hier nix Bausatz für einen geprägten Ring Sensor Sensor und ein Obo mhm mhm den kann man noch durchsuchen in dem Knochenhaufen war ein Knochen natürlich und ein Schädel in dem anderen da ist nix ich glaube dann haben wir alles durchsucht was hier durchsuchbar ist hei 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 was ist da da ist doch auch schon wieder irgendwas da geht es doch bestimmt wieder runter wie kommt man da hin ah das ist die durch die Kirche alles klar ähm ich würde auch mal sagen wir gehen erstmal zurück in die Stadt und Irgendwann ist noch mal schnell reise da erstmal in die Stadt und Vorräte auffüllen puh heil dich mal und lass dich mal heilen hat sie nicht hat sie nicht Zeit zum shoppen puh nicht ohne so was haben wir denn alles gelootet äh zuletzt hinzugefügt das müssen wir alles mal identifizieren das geht alles mal zu ihr dann gucken wir die Robe und der Stab und die Sense und die Rüstung und das da und das da so gefütterte Robe der Geschwindigkeit oh auch Intelligenz 8 hat nur 42 Rüstung noch dabei die Schnelligkeit hoch vielleicht was für dich meine du hast jetzt auch im Moment eine Kettenrüstung das ist für dich ja sowieso nicht so gut ja ne du könntest die tragen Schnelligkeit hoch ist für dich gar nicht verkehrt Leben hoch ist für dich gut kommst du und die andere wird verkauft das sind wir hier noch Kettenarm schienen ja weg 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 was wir nicht mehr brauchen jetzt haben wir noch Zauberstab wir haben gerade kein Zauberer Sensor 89 bis 158 ui ui die ist ziemlich gut robuste Eisenrüstung 70 mit Erdresistenz und Immunität gegen Furcht Immunität gegen Furcht hattest du schon hier irgendwas anderes ne oder Wasserresistenz Telekineser ne hast du noch nicht ich glaube die bekommst du wenn du sie tragen kannst Stärke 9 können wir noch nicht tragen hast du Stärke 9 Stärke 10 ja da bekommst du die Entschuldigung das darüber manchmal macht er das nicht auch wenn es keine Rüstung mit Verkänglichkeit dann mehr ist die Sense bekommst du selber kann verlangsamen hervorrufen ah nein bekommst du nicht ist nicht stark genug dann bekommt sie die auch okay die andere bekommt sie als wobei als zweitverfahrt sie ja das Schwert ne ich lasse sie erstmal bei ihr nimmt ja nicht so viel Platz Stiefel Lederstiefel der Feuerresistenz sie hat noch gar keine mit magischem Effekt sie auch nicht sie hat plus Bewegung plus auch noch nix Feuer, Wasser und Luftresistenz die bekommt unser Hauptcharakter epische Stiefel hat sich echt gelohnt dagegen zu kämpfen Zauberstab und dann haben wir das so kann ich den reparieren hat geklappt das kann man reparieren das ist noch okay das ist alles noch okay 20 von 30 ist nicht okay das ist bei euch bei dir war doch auch irgendwas kaputt ja die Sense bald das kann man reparieren das kann man reparieren das kann man reparieren das kann man reparieren den Helm auch bei dir selbst alles okay noch mit den Sachen das ist noch in Ordnung das ist noch in Ordnung das passt alles noch bei uns der muss dringend repariert werden der muss dringend repariert werden die auch geklappt die Rüstung bitte auch auch gerne so das haben wir denn jetzt hier noch irgendwas was wir noch brauchen können mit der Eisenhelme auch schon auf die Rüstung der Unvergänglichkeit ist natürlich nicht schlecht weil die nicht kaputt gehen kann die werde ich glaube ich als Ersatz behalten der Rest kann glaube ich dann auch mal weg dabei für unsere wegen das die Chineser das passt schon okay so habt ihr noch ein paar Wiederbelebungsrollen ich habe letztes Mal glaube ich schon alle weggekauft die ihr hattet ne habt ihr neue hier ok ähm die dritte nehmen wir auch gerne vor allem entschärfungswerkzeuge kann man auch immer brauchen äh ja eiltränke oh gott wird das teuer oh gott was kostet denn hier so viel fallende entschärfungswerkzeuge ja dann nehme ich nicht so viele mit dann nehme ich 5 äh was kann ich denn im Gegenzug anbieten das wird hier nach typ kommt wir haben anzubieten ganze Ausrüstungskram die wir nicht mehr brauchen ja hier die alten Scherben braucht auch kein Mensch mehr die behalten mag die kann weg das kann weg das Zauberstäbe naja ich fühl mich halt ein bisschen schwer mit der alte kann weg das kann weg aber vielleicht braucht man es ja doch nochmal irgendwann die Pfeile muss ich gleich mal rüber geben an sie und den Rest mit Gold aufwiegen bitte zack danke wo habe ich hier noch Pfeile da das sind deine zack zack aber eine Wiederbelebungsrolle ist nicht viel ne das ist die einzige die wir jetzt noch haben auf allen sie hat zwei und dann teilen wir auf und eine geht noch an Kira aber das heißt wir haben drei Wiederbelebungsrollen auf alle unsere Charaktere verteilt vielleicht der Arzt noch eine und sonst würde es langsam ein bisschen knapp hier mit Ressourcen wo ist er denn äh steht der hier nicht sonst immer also da durfte ich ja nicht rein offiziell ja gut äh wenn er nicht hier ist dann halt nicht ne kann ich bei ihm auch nichts kaufen Pech gehabt hast du noch irgendwas du bist gar kein Händler gut und nun kommen wir uns schon an die Kirche ran ich weiß es nicht was haben wir denn noch offen das mit der Katze und dem Leuchtturm das lässt mich nicht locker ich muss noch irgendwas mit dem Leuchtturm auf sich haben was wir noch nicht gelöst haben kann das sein wegpunkt schreien verlassene höfe ist glaube ich der nächste wir gucken mal speichern nicht vergessen vielleicht haben wir auch im Leuchtturm irgendwas übersehen hier waren wir hier mal gekämpft das ist die richtige Richtung in die schlaufe holztruhe leer weil da unten sind kaputte Schiffe aber ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll es muss irgendwo noch einen Weg geben irgendwas übersehen hier da gibt es nicht durch das große Vieh haben wir hier kaputt gemacht Fackel hinterm Leuchtturm ist aber auch nichts Schleimfass leere Kiste da ist ein Ende da da siehst du mir doch im Keller war doch der eine Geist ne oder da 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 ich habe gehört hier gibt es womöglich ein versteck der Untoten wisst ihr etwas darüber das 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 ist auch kein versteckter Durchgang oder irgendwas was ich anklicken kann noch leere Körbe sagt die Ratte noch irgendwas das ist unruhigend das heißt wir müssen ihren Geist irgendwo finden um das hier zu lösen das Quest und ich es würde mich wundern wenn das nicht auch irgendwie an derselben Stelle ist wie das mit der Katze weil beides soll bei einem das eine hier beim Leuchtturm das andere beim versunkenen Schiff beim Leuchtturm und Strand in der Nähe vom Leuchtturm wo wo da unten waren wir drinnen meine ich oder waren wir da drin oder oder wollten wir da nur rein wie mit unsicher ich glaube wir waren da drin doch wir haben hier vor alle kaputt gemacht da waren wir da mit Sicherheit drin was ist denn das nächste hier gibt es hier drunter noch irgendwo einen Eingang was ist das denn da sind so komische Krallensporen dran können wir da irgendwas untersuchen irgendwas muss es noch geben wir haben nicht alles gefunden hier das ist ein Stein das ist ein Stein warum ist das hier das nächste ist dann hier diese Hütte hatten wir da nicht noch einen Marker gesetzt für irgendwas Grab eines Magiergeistes aber irgendwas war da was zu stark für uns war weswegen wir wieder weg sind aber ich habe das mit der Sämona irgendwie zu tun genau werden den Teppich weggeräumt haben das aufgemacht vergessene Gruft genau weil die Ratte uns gewarnt hat sind wir hier nicht weiter reingegangen werden hier glaube ich gelootet wenn das Grab aber nicht angefasst komm ich habe gespeichert wir fassen das Grab an dich nehmen wir aus der Kette raus und stellen dich irgendwo abseits wo du schießen kannst wobei je nachdem wo der Geist spawnt vielleicht lieber hier ne ähm dich platzieren wir hier und dich dort mach dich schon mal unsichtbar und du gehst dann dahin und fasst das Grab an nicht er nicht ja ja nicht jemand den dem den 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 meinen den den Was meint ihr mit in meiner Zeit auf dem Jahrmarkt? Wirkt es also zu kämpfen, nicht wahr? Ich bin ein violenter Typ, aber nicht falsch, ich mache keinen Fehler. Aber du weißt, es gibt keinen Schmerz in einem kleinen Ruffhousing, jetzt und wieder, zu einem Show für die rohrenden Gruppe. Ich habe mich in diesen Tagen gefragt, aber ich habe die besten schlafen. Nein, Sir. Verkaufst du irgendwas? Alter Eisenhelm des Meisters. Oh, unverwüstlich. 2100. Ah, okay. Würde ich gerne nehmen, aber ist mir ein bisschen zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Schnorres. Niemand? Ich wette, ich könnte euch besiegen. Ein Gegenstand, den ich in 35 Sekunden zerstören muss. Oh Gott. Du musst schon treffen. Dürfen die anderen helfen? Und er nimmt den Helm bestimmt mit, ne? Was war das? Das war fertig. Der Kraftprotz. Ja. Ist abgeschlossen. Cool. Ist aber nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Gesucht habe ich eins von den beiden. Aber wir haben eine Truhe bekommen. Kettenarmschienen zum Identifizieren. Ein Messer. Und eine Heilige Handgranate. Also, dann identifiziere doch mal. Robuste Kettenarmschienen der Handwerkskunst. Herstellung. Du baust, ne? Ne, wer stellt her? Wer macht Schmiederei? Herstellen. Herstellung mache ich. Okay, dann bräuchte ich die wahrscheinlich. Aber ich trage gerade schon die mit der Telekineser. Ja gut. Kann jemand anders die brauchen mit 24? Ja, da kommst du die. Wo sind sie? Da. Oh, das wollte ich nicht. Was ist das? Scharfes Faustmesser des Dämons. Ist das was für dich? Eventuell. 34 bis 56. Ist unverwüstlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Können wir dann schon dem hier nehmen. Macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber kann nicht kaputt gehen. Schadensabzugs bei Zwillingswaffen minus 20%. Das ist auch sehr gut. Ja, komm. Kannste haben. Die Dinger kann ich nicht aufsammeln. Das war jetzt alles, was hier war. Dann hätte ich das ja damals gar nicht ignorieren müssen. Super. Ist aber nicht das, was ich gesucht habe. Da ist auch noch ein kleiner Strand, ne? Bei den Wächterstatuen. Wo ging's denn da hin? Hier. Ach, das war der, wo der sich einquartiert hatte. Der Strand, genau. Was haben wir gemacht? Wax hatten wir untersucht. Aber hier ist auch kein Eingang mehr gewesen. Hier oben hatten wir die Credits gesehen. Da waren wir drinnen, meine ich. Ja, das ist... Das ist woanders. Das hilft uns nicht. Stell ich mich so doof an? Ich bin echt in der Versuchung gleich mal zu googeln, wo ich für das Quest hin muss. Das muss doch irgendwas mit dem Leuchtturm noch zu tun haben. Was finden könnte Maxino vielleicht überzeugen. Ich frage mal Google. Das interessiert mich jetzt. Ach so, dann müssen wir ja mal weiterkommen hier. So, Divinity der Leuchtturm. Wir befinden uns noch in einem frühen Spielabschnitt. Das ist nicht das, was ich suche. Das ist nicht so. Ich frage mal. Ja. Ich frage mal. Was für eine furchtbare Seite mit einer Lösung. Ne, die gehe ich nicht. Die sind 15 Seiten. Ich möchte einfach nur wissen, wie es hier weiter geht. Divinity or the Sin Lighthouse. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das ist übrigens nicht. Samson's Ghost. Hier, das ist das Quest. Speak with Samson's Ghost. Haben wir gemacht. Complete the Quest. Craps vs. Skeletons. Das Quest beginnt, wenn du mit Samson's Geist sprichst. Man sollte am besten das Scary Pack, die hat das immer gemacht, den Angst packt. Die haben uns ja zum Neuchtturm überhaupt geschickt. Du kannst dieses Quest weitermachen, nachdem du Krabben gegen Skelette abgeschlossen hast. Haben wir das gemacht? Craps vs. Skeletons? Hatten wir da ein Quest zu? Gab man gegen Skelette? Das haben wir noch nicht gemacht, oder? Das heißt, wir können das vorher gar nicht fertig machen. Hinein in die Dunkelheit ist das auch deutsch. Wann auch immer. Das haben wir gemacht. Weg in die Höhle hinein. Blablabla. Ihr findet Ponytusschlüssel. Haben wir Ponytusschlüssel gefunden? Weiß ich doch nicht. Hier erstmal überhaupt die Triche und Fallen Entschärfungszeug zu dir. Du bist unser Schurke. Was soll ich damit? Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel von Ponytus. Ponytus Schlüssel haben wir. Ja, okay. You will need us to unlock a door in the black cove. South of where the orcs and skeletons is fought. Once unlocked, just continue along the linear path, fighting the minibosses. They will find Desdemona. Black Cove. Wo ist Black Cove? Gibt es hier sowas wie eine Legende? War das hier? Haben hier die Skelette und die Orcs gekämpft? Wirklich. Aber erstmal können wir hier unseren Wegpunkt löschen. Ja. Black Cove. Keine Ahnung. Ich möchte mal zum Hafen von da aus probieren. Die Krabben und Skelette gekämpft haben. Ne, wo die Orcs und Skelette gekämpft haben. Südlich davon. Wo auch immer das war. Okay, ich gehe erstmal dahin. Gucken wir mal, wie die Höhle hieß. Ja, er weint immer noch. Tut mir ein bisschen leid. Fahnen wir da drin? Wie heißt das? Fahnen wir da drin? Ja. Fahnen wir da drin? Ach, hier war das mit den Krabben, wo wir drin waren. Verfallener Hafen. Ach, guck. Und irgendwo hier kann man jetzt... Da, wo die Orcs und Skelette gekämpft haben. Von da aus südlich. Wo haben die Orcs und Skelette gekämpft? Woher soll ich das denn wissen? Also hier sind Orcs. Keine Skelette. Und irgendwo war eine verschlossene Tür, die wir jetzt öffnen können. Irgendwo südlich war das hier unten. Da! Da kamen wir nicht durch. Das hätte ich nie wieder gefunden ohne Lösung. Okay. Never ever. Wäre ich hier nochmal hingegangen. Kissen. Okay. Kann man theoretisch ausruhen. Oh, was ist das? Nix. Schade. Äh, ist das ein Drache? Gemütlich. Du. Das stimmt. Das stimmt. Cave Spiders. Cave. Spiders, you say. Ja. Alright. Danke für die Warnung. Oh, Diamant. Don't mind if I do. Alter. Das da unten ist auch bestimmt Desdemona. Ja. Äh. So, wir sind auf der Hunde für etwas, die es nicht nur einen, sondern zwei Dräger sind. Delight of Delights. Yay. Ich weiß nicht, wer Cave Johnson ist. Meine Ur-Ur-Großratte hat mir das erzählt. Oh, wow. You haven't been pinched in half or drowned. Does that mean you're breathing enough to help Desdemona? She sure, Mrs. Samson. Hat die auch kein Werbung gehört für irgendwas? Äh, wurdet ihr auch in zwei Teile gekniffen und seid nicht ertrunken? Was? Was? Oh, wow. You haven't been pinched in half or drowned. Does that mean you're breathing enough to help Desdemona? She sure, Mrs. Samson. Ah, wir wurden nicht ins Verteile gekniffen von den Krabbenscheren. Wurden nicht zerteilt, soll das heißen. Äh, X markiert die Stelle? Ach du Scheiße. Okay, Arachnophobia. Wer sich, äh, ja. Also wer Arachnophobia hat, darf das hier nicht weitergucken. What mache ich jetzt? Das X markiert die Stelle, habe ich noch gesagt. Ähm. Greif mal an. Die ging schnell kaputt. Zu schnell? Fragezeichen. Was haben wir für ein Level? Sieben. Okay. Die große einfrieren. Nein. Aber nicht, weil sie immun ist. Das ist schon mal gut. Ähm. Hier machst du... Machst du wahrscheinlich schon, ne? Kann ich hier... Dahin, dann dahin... Entschuldigung. Ich habe mich selber angezündet. Zumindest die kleine Spinne ist weg. Die macht ja lustige Geräusche. Äh, verkrüppeln. Nicht geklappt. Die hat mich nass gemacht. Also sie zieht Wasser aus dem Meer, aber was macht sie damit? Ist das ein Schild? Kann ich näher geschlagen werden? Okay. Äh, du gehst mal dahin. Dann haben wir sie weiter flankiert. Dann beschwörst du bitte noch deinen Kriegerfreund. Nein, nicht laufen. Beschwören. Oh Mann, ey. Ich hasse das, wenn der den Klick nicht... Jetzt haben wir ihren Zug verschwendet. Also und du gehst mal ein Stück. Kannst ja nächste Runde gerne wieder angreifen. Drauf, ne? Sie kann nicht bluten. Sie kann nicht niedergeschlagen werden. Was kann die eigentlich? Fast mit einem Schlag töten anscheinend. Und neue Freunde beschwören. Und hier... Was? Kannst du mal nicht fünf Meter an den Nagen greifen, bitte? Ja, ich sehe es. Ich glaube, es hackt. Was soll denn das? Unhöflich. Vergiftung behandeln, weil du selbst... Dann brennende Berührung. Natürlich hat das nicht geklappt. Warum solltest du auch? Du bist du nicht, aber... Wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir sie kaputt, bevor sie nochmal angreifen darf. Sie hält nicht so viel aus. Und wir machen inzwischen ganz kurz Schaden. Das sieht man so auf. Okay. War nicht so schlimm wie gedacht. Aber Halleluja. Diese vielen Angriffe hintereinander waren böse. Sauberstab. Das Halsband von der Katze. Gibt's auch hier. Guck. Nehmen wir alles mit. Erstmal alles, was wir kriegen können, mitnehmen. Speichern. Ich habe herausgefunden, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Was tut ihr unten? Wie seid ihr gestorben? Was verkauft ihr überhaupt? Nix. Erzählt mir doch mal über eure Probleme. Gossifern. Sie haben mich nur verraten. In der Leben, ich war ein naturallem Philosoph, duhst du? Ein Studenten der Stärzen. Arata, eine Läne Elfische, nicht so weit von Saisil, passiert, dass es den besten Teleskop in der ganzen Rivelon gibt. So, ich setze, um zu spüren, zu spüren mehrere Wochen da, zu verbessern meine Forschung. Als ich gekommen bin, habe ich einen instantanen Freund in den Telescopen gefunden. Ein Elfisch-Scientist namens Faladar. Wir hatten viel zu spüren über unsere Studierungen, und haben wir eine große Freude in einer anderen Beziehung gefunden. Es war eine Freundschaft so pure wie Starlight. Aber das hat nicht die Ruhmöse von fliegen. Als die Insinuationen verliehen wurden, habe ich mir gedacht, es wäre besser, zurück zu Saisil zurück und zu Faladar, mein Freund, zu Samson, mein einziger Lieber, die alle und alle füllen Ruhmöse aufzunehmen. Wie Sie wissen, haben wir es nie gemacht. Faladar ist immer verloren verloren. Und was von meinem liebsten Samson geworden ist, weiß ich nicht. Ja, ich habe Samsons Geist beim Leuchtturm getroffen. Er ist mit Reue erfüllt, seit er euer Schiff absichtlich versenkt hat. Ich hoffe, das war richtig. Ähm... Was haben wir alles bekommen? Dann gucken wir mal wieder an. Was wir da so gefunden haben. Scharfer Scheibendurch des Geomanten. Äh... 28 bis 46. Das ist nicht so gut wie deine, ne? Nein. Das ist zwar episch, aber... Können wir nicht viel mit anfangen. 28 bis 47. Seespinnengreifer. 15% Wahrscheinlichkeit unterkühlt hervorzurufen. 15% vergiftet. Das wäre doch was für deine andere Hand vielleicht. Aber es macht aber nur die Hälfte am Schaden. Ah, das ist so gut. Ah, das ist so gut. Eine Armbrust. Ich glaube, da ist keiner geübt mit. Zauberstab. Kein Zauberer dabei. Brauchst du der Kupferring, äh, Goldring der Erkenntnis. 11% Erdresistenz anstatt 7. Boah, könntest du ruhig selber anziehen. Theoretisch. Haben die anderen denn alle Ringe? Du hast noch keinen da. Dann kommst du den anderen. Und alle sind glücklich. Du heizt dich aber selber. Du heizt nochmal. Du heizt nochmal sie. Danke. Und dann, würde ich sagen, gehen wir auch nochmal zum Leuchtturm, ne? Äh. Der war das, ne? Dann gucken wir mal, was wir da ausgelöst haben. Dann bin ich dafür, dass wir heute mal ein paar Quests aufräumen hier. Von denen, die wir noch haben. Lauf mal zum Leuchtturm. Dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal. Okay. Dezdemonar. Mein lieb. Du musst mich jetzt nicht ausführen. Du musst sich dein lieb und sein lieb hätte sein. Den der Cela ist immer so hoch. Herr Schäuble haben alle Niedern. Und mit der türkigen DäuQué zeigernosgefährdäten. Die Möge ist ein Schuss. Sie sind schuldig. Und jetzt, wir sehen uns jetzt. Die Todes nicht nur die Todesrechte, die uns uns verabschieden. Ich liebe dich, mein Liefer. Forgive mich. Mit nur ein Wort, du kannst du mein Herz schützt. Effes die Lohnes, die da geblieben. Forgive mich, meine Frau, meine eigene. Er bereut aufrichtig, der Stimona sollte ihm vergeben, damit sie beide Sache hinter sich lassen können. Stimona ist nicht dazu verpflichtet, ihren Mörder zu vergeben, ganz gleich wie sehr ihr ihm leidtut. Naja, ich sag mal so, er hat aus unbegründeter Eifersucht seine Frau getötet und alle an Bord des Schiffes, nur weil er ein Problem hat. Und es ist schon so sein Ding, ne? Passiert. 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 Das Herzbruch, das habe ich gesäuert und Herzbruch, das muss ich riechen. Komm, Eternity. Lass die Leidigkeit sterben, ein Instrument der Tortur. Regretungen, die ich rieche. Es ist nichts mehr als ich, was ich die schwarze Menschen deserve. For it was love itself, that I yielded to the waves. I worry about seeing you in the next life, but I'm certain you alone will be banished to hell. Goodbye forever, butcher. Ja. Haben wir das noch auch gelöst. Awesome. Wir rieten das den Monat davon ab, Samson zu vergeben und beide verschwanden in zehn seines. So, wir haben das Katzenhalsband, das bringen wir natürlich jetzt erstmal zurück. Dann haben wir das Quest auch endlich mal erledigt. Äh. Na, warum seid ihr nicht gelaufen? People. Ja. Das ist wichtig, dass die Leidigkeit der Leidigkeit hinter ge sein wird. Das macht was. Das macht was. Was ich nicht für. Nöhe. Sport also katze was maxim gern geschehen kann ich da hinterherlaufen und gucken was passiert das seht mich nämlich schon das seht mich Der Schöcker sieht absolut fabulös auf dich, einfach schraubend. Ich kann nicht glauben, dass es real ist. Oh, Lieber Sam, du bist ein Tom of Means, nach allem. Das bin ich, meine kleine Tigris. Versteh, meine true Farbe, und marry mich. Mach mir deine, und meine sehr Leben, werde ich dir auf deine Glück. Oh, was eine Passionate Puss du bist, meine Lieber Sam, so impetuous wie immer. Aber in Wahrheit, du hast das Recht und Grund für dich. Oh, ich werde dich nicht mehr in Suspense halten. Ja, mein Lieber Sam, ich werde dich verraten. Mit einem Wort, du hast mein Herz verraten, und sagte es aneuer, mit unvergültem Vigern. Komm, meine Liebe, meine... Leand-Tail-Lady. Mit dem Feuer des Hearth, lass uns liegen und purr die Nacht weg. Wann gehen die? Okay, gucke ich gleich. Erstmal müssen wir miteinander reden. Was ist da noch passiert? Sam's Story hat ein happy end after all. Nicht, wenn wir das Heistband nicht gefunden hätten. Maxine hat sich nur zur Hochzeit breit erklärt, weil er jetzt reich ist. Jep. Schur ist. Können wir mit denen noch mal reden? Sind sie jetzt happy ever after, oder...? War das jetzt Phase hier? Was den unsinnbaren Sam angeht. Oh, mein Lieber, Lieber Sam. Er ist positivisch der Tomcat der Welt. Und du bist der Lieber der Lieber, dass du ihn mit dem Wälder verabschiedst mit dem Wälder verabschiedst. Ich habe ihn mit einem Pauper, aber ihn mit einem Prinz verabschiedet. Als Stray hat er mein Herz verabschiedet. Aber als Soverein hat er es gewonnen. Als Caesar, zwischen Katzen. Ein Leben von Liebe und Wäldern wir dir. Okay. Ist nicht Liebe eine wundervolle Sache, mein Freund? Die größte Furchtung der Tiere und Menschen zusammen? Also bist du glücklich? Wir sind verabschiedet, mein Freund. Kannst du es glauben? Oh, wie glücklich glücklich wir sind. Legionen von Lüttern werden wir, sie und ich. Es werden kleine Samen und Mini-Maxine auf jedem Ruf und in jedem Garten der Saisen. Frolicking Feline. Was ein Gefühl! Viel Spaß! Alles klar. Ich muss mal kurz ein Bild von ihm machen. Dann wird das nämlich das Thumbnail für die Folge auf YouTube. Jut! Ja, läuft bei den beiden. So, da weiß ich nicht. Attenborough haben wir noch nicht wieder gefunden. Aarhus fehlgeschlagenes Experiment. Wie sieht es da aus? Aarhus. Aarhus. Failed Experiment. Aarhus. Wiskus. Wir waren doch letztes Mal extra da hingegangen und da war niemand. Ernsthaft? Dann gehen wir doch nochmal hin. Äh... Da. Okay. Ich dachte, das hätte man gemacht. Ja. 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 Nein. Sorry Sir. So, da sind wir. Ab in den Knast. Mit Viscus sollen wir reden. Also ich weiß, dass wir die Männer gerettet haben in der Höhle, von daher sollten die eigentlich leben. Ist Roberts ein Pirat eigentlich? Okay. Wird es euch etwas ausmachen, mich in die Schatzkammer zu lassen? Komm schon, nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, könnt ihr mir doch vertrauen. Mann! Okay, das wird nichts. Na gut, keine Schatzkammer für mich. Okay, das kann ich verstehen. Mal einen Versuch wert. Das ist fertig. Ja, die Kirche im Norden, da müssen wir noch hin. Findet die Hexe. Jetzt frage ich auch mal das Wiki. Was sagt das? Das sagt erstmal nichts. Find the Witch. Was müssen wir da machen? Genau, Talk to Zombie Jake. Das haben wir gemacht. Okay, das ist erstmal im nächsten Gebiet. Das brauchen wir noch nicht. Äh, die Suche nach Bracus Rex ist im nächsten Gebiet. Glaube ich auch, ne? Äh, ja, Bracus Rex. Das wissen wir noch nicht. Ah, genau. Das können wir noch mal gucken. Was müsste das denn auf Englisch sein? Last Will. Legionärs Will. Was muss man dafür machen? Ah, genau. Ah, genau. Das haben wir bekommen. Wir haben uns dazu entschieden, es nicht zu lesen. Sondern es nur zu überbringen. Ist auch im nächsten Gebiet. Okay. Dann können wir zur Kirche. Mit einer Wiederbelebungsrolle. Es sei denn, wir können jetzt noch neue kaufen, weil Zeit vergangen ist. Das würde ich tatsächlich noch ausprobieren wollen. Und es fängt gerade an zu schütten. Deswegen lasse ich euch mal eine Minute alleine und gucke, ob alle Fenster zu sind. Ich bin gleich wieder bei euch. Sehr lustig. Nein, es ist Schneeregen und es hat tatsächlich schon reingeregnet. In der Absteigkammer war der Boden. Das muss ich gerade einmal aufwischen. So. Jetzt sind wir wieder. Ja. Das ist ein neuer Helltränk, ne? Das ist ein neuer Helltränk, ne? Ja. Achso, warte mal. Wir hatten doch hier Sachen, die wir nicht brauchen. Den zum Beispiel. Und das. Und das. Und das. Weiß. Dankeschön. 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 So, die Heiltränke würde ich gerne mal aufsplitten. Gutes. 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 Stapel aufzuziehen. Dann, auch. Gutes abgeteilt. Gutes abgeteilt. Gutes abgeteilt. Gutes abgeteilt. Gutes abgeteilt. so ist keine rolle das geht nicht jeder eine immerhin dann immer mein richtung kirche da gab es auch ein teleporter oder nicht wir haben ein theoretisch dann nehmen wir den es ist der weg hier genau am boden vorbei hier hin hier 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 Ich habe gerade noch rechtzeitig den Mute-Button gedrückt, als ich niesen musste. Wenn das Spiel für dich speichert, das ist nie gut. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich möchte aber auch nochmal ein manuelles schnell speichern. Ich traue dem Auto-Safe nämlich nicht immer. Achso, und wir hatten ein Level-Up. Wir hatten ja noch ein Level-Up-Moment, Freunde. Wollen wir irgendwas anderes machen? Wolltest du noch irgendwas, was du tragen wolltest? Nee, ne? Fertigkeiten. Bogen geht noch nicht höher, schade. Ach, du bist Pyro-Kinete. Warte mal, wir hatten noch ein Buch für Pyro-Kineten. Könntest du das lernen? Ja. Nice. Was macht das? Beschleunigt, steigert die maximale AP des Ziels um drei. Die anfängliche AP um drei und die AP um zwei. Beschleunigt dein Ziel. Was können wir dir noch beibringen? Rettungswürfe gegen die ganzen Status-Dinger sind vielleicht nicht verkehrt. Ja, komm. Wo kommst du? Achso, und wir haben noch einen Punkt. Komm, dann lernst du auch Armbrust, weil... Vielleicht finden wir ja mal eine gute. So, du. Zwei Hand haben wir für dich und ein Hand. Das ist auch beides noch nicht voll trainiert. Und bei dir hatten wir die Punkte bewusst noch nicht vergeben, ne? Genau, wir wussten nämlich nicht, was du noch lernen sollst. Okay. Jetzt aber. Hätte man vielleicht nicht ausbuddeln sollen, ne? Hier liegt Marxismus. Er war voll von großartig Ideen, aber niemals funktioniert. Dann halten wir uns doch erst nochmal ne Runde. Okay, Gräber ausbuddeln. Nicht immer ne gute Idee, wie wir gemerkt haben. Das ist Hydrosoph. Vielleicht sollten wir noch jemanden zum Hydrosophen machen. Damit zwei Leute heilen können. Ich höre Schritte. Boah, hier ist alles voller Gift. Hier oben tapert irgendwer rum. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Äh, heilen. Auch nun heizt sich selber. Das hilft überhaupt nicht so viel, wie es sollte. Was steht da drauf? Hier liegt Istredd. No where of noses. Hier liegt Rocky. Doc, it's only a scratch. Corruption. Aha. Ich habe einen Gegner ausgebuddelt. Warum tue ich sowas? Wahrscheinlich, weil ich zu neugierig bin. Ich wollte halt gucken, was da noch drin ist. Okay, aber was ist da drin? Aha. Zeug. Gehen wir mal aus der Giftpumpe raus. Lassen uns heilen. Dann habt ihr beide auch Level up. Okay. Was hast du gelernt? Zwillingswaffen könnte ich für dich verbessern. Oder Hexerei. Oder die anderen Sachen. Schuft wäre für dich ja auch ganz gut. Hatten wir noch ein Buch für dich zum Lernen? Blendet ein Ziel. Konnten wir aber nicht lernen, weil Schuft nicht hoch genug ist. Dann machen wir Schuft hoch. Und. Schmieden können wir noch nicht. Den anderen Punkt sparen wir uns wieder auf, weil der wieder über ist. Da muss man doch in irgendwas investieren können, sinnvoll. Eher weniger Bewegungsmalus, wenn du Rüstung trägst. Werden das machen. Danke. Und du? Was mit dir? Sturmbau kennen wir schon. Das haben wir so aufgehoben. Willenskraft verbessern gegen Furcht und sowas. Ja, aber wir können halt echt nicht viel machen, wenn wir nur im Nahkampf sind. Ich könnte aber auch versuchen, bessere Preise rauszuhandeln. Oder Herstellung verbessern. Oder Telekinese. Ach, das Problem ist, unser Hauptcharakter braucht halt alles. Rüstungsexperte, damit er mehr laufen und mehr angreifen kann, erstmal. So. Wir sind ölverschmiert. Das ist super. Kann man das gleich mal aufhören. So, weil hier... Ach, das schwarze hier ist das Öl. Ich dachte, das wäre ein Schatten von irgendwas. Ja, kein Wunder, dass wir ölverschmiert sind, wenn wir da durchlaufen. Das ist ja logisch. Was ist da? So, jetzt einfach nur anklicken. Warum lauft ihr alle drum rum, wenn ich das anklicke? Das hier, weil Gift ist, finde ich eklig. Hier liegt Kat Jones. Curiosity killed her, after all. Did it, huh? Hier liegt Lady Charon, whose steaming pies tempted all. Hier liegt Rocco. This is the last hole he filled. Hier liegt Will Landy. It's Loundy, not Laundry, dang it. Hier liegt Emi, Spider Slayer. Spider Slayer. Hier liegt Dodson, der feinste Taner der ganzen Welt. Hier liegt Nasik, der auch denkt, dein Name ist wunderschön. Ich finde Grabsteine super, in solchen Spielen. Hier liegt Schrodex. Wir sind nicht wirklich sicher, dass er tot ist. Hier liegt Herr Goldmann. Hier liegt Herr Goldmann. Er hat sich die頭 zu einem literal-mindeden Brich-Troll. Okay. Okay. Dann haben wir die alle angeguckt. Buddeln mal wieder. Was soll schon passieren? Vielleicht finden wir ein Schwert. 89 bis 116? Das ist gut. Wie war deine Waffe? Na gut. Aber... Nimm es mal mit. Nimm es mal ein Schloss. Wozu hast du Schuft und Schurkerei, wenn du nicht mit Dietrich ein Schlösser knacken kannst? Ach, kannst du. Kann nicht geknackt werden. Oh, Entschuldigung. Da wollte ich angreifen. Die verliert überhaupt nichts. Dann stecke ich sie erstmal ein. Was soll denn der Geiz? Einfach draufhauen. Hat nicht funktioniert. Did not work. Nix. Gut, dass ich eine Schaufel habe. Cool. Hey, ich muss auch sehen, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene, okay? Ich habe immer die Hoffnung, dass ein Gegner rauskommt und wir noch zwei, drei Erfahrungspunkte mehr bekommen. Außerdem kann ich nichts dafür, wenn die ihre Toten hier nicht tief genug verbuddeln. Kannst du die knacken? Nein. Warum kann man die alle nicht knacken? Hä? Moment. Ich habe einen Schlüssel dafür gehabt. Wait. Hallo, Sun. Willkommen zurück. Äh. Wo ist denn die Truhe, die ich gerade aufgenommen habe? Ach so, bei dir, ne? Okay. 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 Da haben wir keinen Schlüssel. Wir hatten einen passenden Schlüssel dafür. Hä? Weird. Das muss ich nicht verstehen, oder? Warum wir für irgendeine random Truhe einen Schlüssel hatten. Geheimnisse der Schrifttumre, Band 3. Keine Ahnung, ob wir die schon kennen. In Revelon herrschten viele Kräfte. Sogar ohne das Zutun von uns Zauberern verfügen viele gewöhnliche Gegenstände über ihre Magie. Mit etwas Feenstaub können diese natürlichen Kräfte verstärkt werden. Ein Hasenpfote hilft nur den Abergläubischen. Aber wenn man sie mit etwas Feenstaub bestreut, wirkt sie wahre Wunder. Hängt man sie dann an ein Band, ein Seil oder ein Reif, bringt sie dem Träger großes Glück. Aber die Hasenpfote ist nur der Anfang der Magie. Ja. Gucken erstmal, wer hier auf dem Stein steht. Dogperson, dann kommt auch bestimmt wieder ein Hund raus. Oder auch nicht. Bierflasche. Natürlich. Zumindest ist die Wegfindung einigermaßen schlau, sodass sie nicht alle voll durch die Giftsuppe laufen. Ah, aber du bist über. Aha, ich habe eine Beziehung, ich sehe. Und es ist auch ein sehr glückliches Moment. Ich bin nur ein kleines Experiment. Und wenn du eine Interesse in magie, in der Wissenschaft, du mich überraschst, indem du in es teilnehmen willst, bitte? Ich habe in dieser Bereich mit mehr als ein paar Pernissische kleinen Freundinnen, die einfach mit der Anticipation des Zauberern. But they simply have all uncooked meat. So you may finally want to char you before ripping out your throats. Excuse me? Now your job is to put up a mitre resistance against your inevitable death. Sounds good, yes? Right then. On your mark, get set, go. I don't like that. Oh, God. Die Dinger. Ja. Alright. Kann ich ein paar von denen umrennen? Ich wusste nicht, dass die sofort explodieren. Gut, ich habe zumindest hier unten alle weggeräumt. Damit. Ey. Ey. So, was brauchst du dafür? 6 kostet dich das. 1, 2, 4, 6. Dann kannst du da hingehen. Du könntest von da aus triggern. Oder noch besser. Du triggerst die da hinten. Spirits of... ...panduish my foes. So, du... ...gehst mal... ...hier ein paar Schritte. Und du... Wie brauchst du zum Werfen? 3. Und dann würfst du einfach so eine Nagelbombe da hinten hin. Was soll denn der Geiz? Looks like you're on a downward spiral. So. Everything is fucked. Awesome. Komm du mal bitte wieder her. So, wie sieht's aus? Lebt der Typ noch? Okay, ich dachte, ich kann das Giftgas irgendwie hochjagen. Wie sieht's aus mit... ...Regen? Ich glaub, den Typ haben wir mit in den Luft gejagt, kann das sein? Trolles Sprechen leicht gemacht Zombie Edition? Ah ja. Oh Gott, die waren auf Englisch und Deutsch. Furchtbar. Hier liegt Eric. Er hat alles verurteilt. Was? Warum? Ja, wir laufen nochmal raus. Und dann... ...gibt's noch eine Runde Heilung. Er soll sich heilen, nicht jemanden beschwören. Er klingt halt, ist nervig, außerhalb vom Kampf. Wir gucken schon mal weiter. Hier liegt Miss Anthrop, die gesagt hat, sie würde lieber sterben, als sozialisieren und ging, um zu leben, zwischen den Wolfen zu leben. Natürlich, ich glaub sie das. Ich dachte, sie darf sie das. Ich schuld. Ich schuld. Wie einer von euch tritt auf die Falle. Ah nein, warum gehst du denn da hin? Na gut. Dann zünd ich mir nächstes an. So, da müssen wir auch gleich noch gucken. Da waren wir. Da können wir hoch. Dann gehen wir mal da hin, ohne irgendwo reinzutreten, bitte. Danke. Nett, dass das geklappt hat. Oh nein, warum nicht? Ohne ins Gift zu laufen, dafür habe ich doch die... Wozu benutze ich denn extra Telekinese, hä? Dann ist nicht mal was drin. Jetzt ist es auch egal. Ich wollte das Öl fast nicht mitnehmen, aber es ist in Ordnung. Passt schon. Hier liegt Raskadryk, sagt er. Born a lowly Goblin, died the 72nd Mayor of Saisil. Du schnampfst hier rum. Aha. Er läuft auch noch wieder durchs Gift, oder? Ja, habt ihr nicht so. Quali mies? Oh, tut mir leid. Falls ich da irgendwo mitverantwortlich bin. Wahrscheinlich. So, da drauf. Dann kann da keiner durchlaufen. Wenn man manchmal hinterlaufen muss. Okay. Also ich vermute, in die Kirche müssen wir ja rein hinterher. Kann ich hier hin, ohne mich komplett zu vergiften? Testen wir mal mit ihm. Kann man hier durch die Suppe laufen. Weil Öl verschmiert klingt ja relativ schnell wieder ab. Das geht. Noch mal da durch. Genau. Da lang. So, wer ist noch nicht vollgeheilt? Du. Und er selbst. Speichern. Hi. So siehst du nicht mehr so gut aus. Ach, hier hinten waren die Feuerleute. Dann haben wir hier die Connection auch geschaffen zu dem. Alles klar. Gut. Schleimfass. Kommt der Schaden, wenn der da durchläuft? Noch ein bisschen. Nicht dahin laufen. Seid ihr wahnsinnig. Meine Güte. Könnt ihr doch nicht einfach machen, ey. Äh. So. Und dann Angriff auf... Achso, ich kann mit ihm reden. Vielleicht ist er gar nicht böse. Wo ist die Axt? Vielleicht ist er gar nicht böse. Aber ich weiß nicht, wie ich Schleim wegkriege. Wir haben ein Buch gefunden, wo irgendwas mit mit Rollenreden stand. Hätte ich das lesen müssen. Und dann hätte ich das lesen müssen, vielleicht. Ich lade mal. Den Tod nehme ich in Kauf. Quick Save. Da höre ich auch den Todes-Counter für. Ist kein Problem. Wenn ich dafür... Ich wäre für gerade Rumpfkamp. Wenn ich dafür Dialogoption mit dem kriege. So, wir hatten da nämlich ein Buch gefunden vorhin. Trollisch sprechen leicht gemacht. Zombie-Edition. Trollisch für Anfänger. Zombie-Edition. Grunst-Grumpf-Gra. Ihr müsst den Trollzoll an mich entrichten. Gra-Grumpf-Grumpf. Eure Handlungen missfallen mir sehr. Krack. Ich verstehe, dass Trolle Zölle kassieren müssen. Aber Zombies sind doch bestimmt davon ausgenommen. Krampf-Grad. Der Tod steht euch gut zu Gesicht. Jemand mit eurem Aussehen sollte seine Zeit nicht mit dem Eintreiben von Zöllen verschwenden. Gra-Umpf. Ich reiße euch den vergammelnden Schädel ab und spiele damit Fußball. Grumpf. Vielleicht habt ihr recht. Ihr dürft passieren. Grink-Rumpf-Gra. Zum Teufel mit dem Gold. Ich werde euch töten. Gra-Umpf. Seid gegrüßt. Graf-Graf. Nehmt diese Münzen. 100 sollten reichen. Ich mache mal einen Screenshot. Das mache ich mir hier auf dem zweiten Bild schirren. Zack, zack. Da ist es. Guck mal. Guck mal. Dann gehst nur du dahin. Dann laufen die anderen nicht alle durch die Suppe. Was sagt er? Er ist zwar anders geschrieben, aber er sagt, ihr müsst den Treuzoll an mich entrichten. Ich habe, eure Handlungen missfallen mir sehr. Der Tod steht euch gut zu Gesicht. Hier mit eurem Aussehen sollte seine Zeit nicht mit dem Eintreiben von Zöllen verschwenden. Ich verstehe, dass Trolle Zölle kassieren müssen, aber Zombies doch bestimmt nicht. Oder nehmt diese Münzen. 100 sollten reichen. Er spricht halt Dialekt. Ich würde sagen, der Tod steht euch gut zu Gesicht. Jemand mit eurem Aussehen sollte seine Zeit nicht mit dem Eintreiben von Zöllen verschwenden. Ich reiße euch den vergammelten Schädel ab und spiele damit Fußball, sagt er. Well. Alright. Er ragt erstmal. Au. Au. Ähm. Können wir ihn niederschlagen? Nicht ganz. Okay, aber dann positioniere dich mal hier. Äh. Du machst mal Elektrotherapie. Und dann frierst du ihn ein. Oder auch nicht. Cool. Hast du O gemacht? Äh. Du gehst bitte... ...dahin, damit er uns folgen muss. Dann lassen wir ihn nämlich erst kommen gleich. So, du gehst auf die Seite, dann kannst du gleich, äh... ...flankieren. Awesome. Du feuerst weiter auf ihn. Sparen noch punkte auf. Sparen noch punkte auf. Hallo? Unhöflich. Okay. So. Hmm. Trofta. 100 sollten reichen die erste 750 ganz normal so peaks 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 ich habe ihm ein kompliment gemacht er hat mich angegriffen ist letztendlich sein problem würde ich sagen so du heilst dich selbst und dann gehen wir hier wieder ganz vorsichtig rum in richtung kirche ich brauche nicht mehr immer in die falsche richtung ja öl verschmiert ist nicht so schlimm solange uns dann keiner anzündet kann ich das akzeptieren kannst du ihn auch noch mal er ist da nicht so gut drin danke oh schlüssel warum haben wir den nicht mitgenommen kein schlüssel irgendwann finden wir schon alle schlüssel hier liegt sim will he was allergic to vows hier liegt lady bravey a forgetful mom who had two babies maybe Hier liegt Herr Ups, whose mother loved him daily, eventually. War er ein Ups? Wenn? Nebelfalle? Hier liegt Jorrit. A burden on us all. Kissen. Ne, da nehmen wir nicht mit. Da geht's noch nicht in die Kirche rein. Wo geht's denn überhaupt rein? Hier hinten müssen wir hoch, letztendlich. Da ist ein Wegpunkt. Und? What? Okay. Wir speichern mal. Wir sind unsere eigenen Juden. Strange, strange indeed. Mellai Sedereth. Sie selbst hat sich sicher, dass ihr Koffer ist secure. Der Chaos, der Chaos! Oh, wer würde all das aufhören? Livia, ihr Glück habt. Die Glückwunsch hat ihn endlich verloren. Strange, strange indeed. Hallo? wer seid ihr geist erzählt mir von ebenezer erzählt mir mehr über die halle der seelen kaufst du was Quentin! Ja. Okay. Okay. Blablabla. Claudia. Ja. Ja. Okay. Das sagt alle das gleiche. Ebenezer! Was ist los? Warum spukt ihr hier rum? Und ihr seid? Was ist los? Euer kleiner Freund? Ich dachte, der unsinkbare Sam war auf dem Schiff. Erzählt mir mehr über die Halle der See. Ich bin aber weg. Du. Der unsinkbare Sam ist Ebeneezers Katze. 10. 21. 26. 25. 26. 27. 26. 28. 29. 31. 33. raum hat uns das raum gebracht hat mir fest fertig ja die katze müssen wir suchen kein ach so weil wir das ding entdeckt haben hier gab es erfahrung aber wir da nah genug angekommen sind ich wollte schon sagen so gerne noch mal mit zem sprechen grumble 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 will dazu oder grabstein ich meine ich kann dir ja nicht einfach nicht aufmachen die gräber versteht ihr erzählen die seit zehn jahren das gleiche an amortopäa okay dann würde ich doch mal sagen nutzen wir hier das portal sprechen mal mit sam ob der noch was von seinem alten besitzer wissen will wir wissen ja dass er inzwischen glücklich verheiratet ist wort warum hat die kamera mich irgendwo hin resettet wo ich gar nicht hin wollte okay du hast recht davon bräuchte samt Geht mal alle aus dem Weg. Wir warten einfach, bis das nochmal macht. Können Sie bitte das mal wiederholen? Z. Danke. Thumbnail, 2 Stunden 30 ungefähr. Früher wurde die Oscar genannt, nicht wahr? Was könnt ihr mir über Ebenezer erzählen? Ein verrückter Typ, das eine. Er hat sich in jeder Zeit, wie es kein Morgen gab. Ich denke, es war kein Morgen für ihn, als er zu denken. Er spricht mit allen Eerns über die Geheimdienung, seine Faschination mit neuen Faschinen, über die Elation der Liebe und so weiter und so weiter. Für mich, aber nicht erwähnt, dass seine Erinnerungen sein würde in meinem Geheimnis sein würden. Er schweigte von den Schäden des seiner Indulgenten Charaktere. Schöne Beobachtung, ja, auf der Menschheit sogar. Neue Faschungen? Natürlich. Selbst wenn sie die Annihilation einer Spezies für ihre Hühn. Lovemaking, insofern. Aber manchmal die Mädchen waren sehr jung, und verletzten delicte Torche. Manche sterben in seinen speziellen Schäden, aber würden trotzdem benutzt werden. Ein wunderschönes Fasch, ich bin sicher, dass ihr agree habt. Wenn er ein bisschen kleiner wäre, hätte ich ihn, wie ein Sparrow, und die Welt von seinen hübschsten Schäden. Ich glaube, ich lerne mit ihm doch mal, den Nico zu beschwören. Ist vielleicht nicht verkehrt. Hallo. Zwei Rollen der Wiederbelebung. Nehmen wir auf jeden Fall. Ähm. Die kann weg. Hm. Ich habe nicht die nötige Stärke, aber ich behalte es mal. Die können weg. Die können weg. Die können weg. Die können weg. Den müssen wir identifizieren. Ja. Okay. Wasser des Lebens. Achso, ja, das war... Das war nicht wiederbeleben. Okay. Danke. Wegpunktschrein, Straße nach Silbertal. Das ist nicht das, wo ich hinwollte. Alte Kirche. Das war ganz schön. Das war wohl, Geheimnis. Ich habe von eurer kranken Vergangenheit gehört. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Wir hätten das Quest von Sam mit dem Halsband und das hier gar nicht abschließen können, wenn wir nicht mit Tieren reden könnten, oder? Oh, das ist schwierig. Ich dachte, wenn wir ihn wegschicken, dann würde er bestraft werden, aber da findet er womöglich Ruhe. Aber ihn hier rumlaufen zu lassen, da kriegt er zwar keine Vergebung, aber er kriegt ja, was er will. Er hat ja Angst vor der Halle der Seelen. Ich schicke ihn ein. Ja. Oh, ich muss gegen euch alle kämpfen? Wisst ihr, was er gemacht hat? Ich dachte, ich kämpfe nur gegen ihn. Speichern. Das kostet vier. Die habe ich auch noch, wenn ich da hingehe. Wirbelwind. Attacke. Ja, okay, das geht. Ähm. Helferlein. Und... Angreifen. Unterkühlt, wenn man sie angreift im Nahkampf. Interessant. Okay. Ah, come schon. In der Vieningau. Okay. Okay. ich gehe mich allein hier jetzt trifft sie auch meine leute aber oder auch nicht zu nah dran es wird eng das wird jetzt sehr eng wo das wir gespeichert haben laden counter hochsetzen 30 tode das war also nicht so schlau also die alle vorher schon einmal anzugreifen ist glaube ich tatsächlich eine gute idee hiermit einer schon weg dann schritt zur seite du beschwörst dein freund dann machst du dich unsichtbar und gehst erstmal schritt zur seite so du gehst zur seite missionshaltung und dann feuerst du und du du bist mal da an der seite damit nicht alle aufeinander stehen auf einem haufen so du kannst einfach reinhauen du bist nur das beschworene skelett das ist okay lass damit das einfrieren besser klappt clever du machst eine heilung auf sie einfrieren wird wahrscheinlich nicht klappen so wie wäre es denn wenn wir jetzt hier schön die feuerkäfer reinschicken das ist irgendwas gemacht sie warm gemacht einer weniger ich meine war machen kann ich die auch hier mit ich weiß nicht das würde ihnen nicht schaden oh das hat den angezündet oh das mochte der gar nicht schön nico wie wärs wenn wir nico mal dazu wollen hallo nico was ist gerade passiert warte mal was bei der drache von nico das gesehen ne das war ebenezers angriff der hat den drachen beschworen okay fußgranate im wahrsten sinne des wortes der fuß verursacht 117 bis 129 wuchtschaden und kann den status erkrankt hervorrufen kann nur einmal pro kampf benutzt werden okay äh wir greifen erstmal normal an würde ich sagen und wir sind eingefroren cool können wir ihn niederschlagen yes we can schön hilft das gegen gefroren ne ne nur bei brennen oder aufstehen okay er ist bedäubt und der liegt am boden und der liegt am boden mhm wir retten euch um ein will du der ist hin über nicht beiden was abzulegen und dann in den rücken sie zwar gefroren aber wir flankieren und dann haben wir noch evanyser fit alle gefroren und vorbei awesome nico du bist eine coole sau danke für deine hilfe und bis zum nächsten mal das lief besser als befürchtet im kreis mit nieder und gemälde eines schweins klar ich weiß gar nicht warum ich die ganze Knochen mitnehme vielleicht braucht man die ja nochmal für irgendwas entschuldigung den habe ich nicht gesehen ich wollte nur grab plündern entschuldigung wusste nicht dass das hier wohnt des gebietes er ruft da mal jemanden hin und dann sparen wir mal punkte bis die leute zu uns kommen fernkampfhaltung lauffeuer auf dich selbst und dann schießt du den ab so weit kann ich nicht werfen schade kann dahin gehen und da dann so eine nagelbombe werfen zumindest eingetroffen den würde ich gerne in die luft nagen wenn er gleich hier steht bei denen ich weiß gar nicht ob du vergiftet werden kannst du hast auf jeden fall eine falle ausgelöst also nein 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 du bleibst bitte da wo du bist stay away don't get any closer wer ist das warum hat denn fragezeichen auf den kopf ja das kriegen wir hin ja stelle ich alle zu dem explodieren man zu dein eigenes nein du kannst dir nicht selber helfen ja bleib mal da ich dachte explodiert hier funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle zumindest einer weg okay warum explodiert hier wenn man ihn trifft das macht mir ein bisschen sorge wo hast du hingeworfen mal weg niemand möchte dich hier haben Okay, ähm, Angriff. Das war ein guter kritischer Treffer. Der ist weg. Äh, können wir den hinlegen? Nice. So, du. Fühlst bitte mal den fest. Schade. Dann heilst du bitte. Dann wartest du. Meanwhile. Den weg. Ja, das ist gut. Der hat einen Gefolge hinterlassen. Die hätte ich ungern bei mir gehabt. Der wahrscheinlich auch. Für heiliges Licht ist noch ein bisschen nah. Aber für Nico. Mikromantie. Der ist brennend in die Giftwolke gerannt, der Idiot. Komm, wir werfen mal so eine Fußbombe. Oh Gott, macht das eine große Wolke. Da gibt's nichts von da. Du machst nichts von da. Du machst was von da. Alles klar, Marc. Gute Reiser. Vorher darf ich doch mal kurz wegtreten zu einem Doppel-P. Pinkelpause. Ich komme ja gleich wieder. Da möchte ich ungern reinlaufen. Das ist ja doof, dass ich in die Flamme gelaufen bin. War auch keine Absicht. Heilt der sich eigentlich von Runde zu Runde? Oh, da kommt mir das nur so vor. Teleportation. Du? Können wir dich da aufs Feuer schmeißen? Wir können. Das sollte ich auch viel öfter benutzen, glaube ich. Guter Schuss. Ich komme aus dem Feuer raus, bitte. Du tust mir leid, Nico. Das reicht alles nicht. Das schon. Komm. Kann ich hinrushen. Das ist übrigens im Weg. Durch den ganzen Mist laufen. Damit man das machen kann. Okay. Heilung für uns selbst. Heilung für dich. Ich sagte Heilung für dich. Regen, um das Feuer wegzumachen. Hm? Spirits of water! Show your strength! Warum läuft ihr da alle durch die Suppe? Warum? Oh, die ist da. Das ist egal. Heilung für dich. Heleis, Elsakir, the last living Almond. Heleis, man. Schlüssel. Eidoo. und dann dass die truhen schlüssel haben in dem also wir brauchen den schlüssel und dann ist da wieder einer drin. Did he know? Dann hält sie dich selber noch. Alles mitnehmen. Diese alten Truhen anscheinend nicht. Wie wir vorhin gemerkt haben. Da sagt sie immer, sie sind nicht knackbar, obwohl sie die ganzen Liedriche hat und Schurke ist. Identifizieren. Nichts drin. Hier liegt Ali Ghori, die Witch. Wir haben ein Beispiel von ihr gemacht. Witchspieler. Zange. Cool. Hier liegt Tom B. Stone. Er hat die Spanien verliebt, bis zu seinem Tag. Tom B. Stone. Hier liegt Montomori. Katperson. Natürlich hat er einen Schinken mit dem Grab. Ganz normal. Her eyes could start walls. Helen of Troy. Starb. Alles klar. Dann einen schönen Ausflug euch. Und wir sehen uns. Ein Ast. Okay, Moment. Das muss ich für Tim fotografieren. Auch wenn der gerade nicht im Discord ist. Einfach mal da lassen. Du bist nicht Gordon. Bin ich mir fast sicher. Guter Schuss. Schleichter Schuss. Schleichter Schuss. Hier liegt Wallenzent. Der Schleiter der Gedanken. Schleichter Schleiter der Gedanken. Das muss ich. Das muss ich. Das muss ich. Die füllen. Identifizieren. Identifizieren. Gift. Ja, mit. So. Jetzt sind wir endlich bei der Kirche angekommen. Lange, lang ist es her, dass wir hier einen Auftrag bekommen haben. We cry to enter the church. The statues that flank it's heavy oaken doors address you. Hold your horses, stranger. Und wer sind die, die der Göttin treu sind? Ich möchte die Kirche betreten. Mein Schmeicheln ist recht hoch, ne? Offen gesagt finde ich es traurig und unverschämt, dass mächtige, ewige Geister wie ihr einem Passanten solch dämliche Fragen stellen müsst. Nein! Komm schon, ich muss noch einmal gewinnen. Papier. Ja! Puh. Hallo. Okay. Gut. Don't mind if I do. Ich komme hier mal rein. Vielleicht sollen wir uns erst nochmal voll heilen, ne? Wär das nochmal ne Idee? Und dann speichern wir noch. Oh! ... Euch aufhalten. Ich weiß ja nicht, aber so richtig, was ihr eigentlich vorhabt. Wie wollt ihr diesen Frieden erreichen? Der Gezeitenstrom der Leere. Treibt ihr ihn hierher? Eure Pläne stellen eine Gefahr für alles Leben dar. Ja, ihr seid ein Monstrum. Sollte es euer Ziel sein, die Lehre über Rivelon zu bringen, frage ich mich, welchen Nutzen der Quellenkönig für euch dabei hat. Was? Ähm... Da renne ich durch Bänke, aber das ist nicht schlimm, ne? Ja, dann... Lass sie doch mal da chillen. Du wartest. Du Feuer... Ziel ist zu weit entfernt, du bist ein Bogenschütze. Was ist da los? Äh... Geh mal da hin. Du rennst auf den... Gesegnet. A-Tag-Geh... A-Tag-Geh? A-Tag-Geh? Gute gemacht. Skelett-Freund. Mist. Easy. Wir machen das ganz gut, oder? Ich zieh das zu weit entfernen, dann geh halt hin. Das sollte uns doch nicht aufhalten. Der ist für dich. Der ist zum Identifizieren. Schenker. Schlüssel. Okay. Gemälde, nehmen wir mit. Das ist bestimmt Geld wert. Tränke. Das kann die Kira vielleicht knacken. Mal öffnen. Mach die auf da. Aha. A hidden switch. Vielleicht hat es etwas zu tun mit dem Öffnen. Das hat die Hatsch. Da ist nix. Guck mal mal. Blasphemie. Schauen wir uns gleich an. Topf. Granate. Sense. Ich glaube, sie muss gleich mal ne Rude identifizieren. Das gehört da noch rüber. Das gehört da rüber. Die sieben Götter gibt es nicht und es hat sie nie gegeben. Götter? Ha, Märchen, Gespenster. Sonst nichts. Wie kann man die Wunder der Natur als Ausdruck eines Gespenstes missverstehen? Das Geschenk der Natur, die Schönheit der Natur. Es wäre töricht, all dies irgendeinem unbekannten und unwissenden Wesen zuzuschreiben. Manch einer mag mir raten, meine Blicke doch weniger auf die Lilien auf dem Feld als auf die Seele der Menschen und höherer Kreaturen zu richten. Doch diesen Ratgebern entgegne ich, dass sich schon die Innenleben vieler lebender und toter Kreaturen untersucht, doch dabei nie eine Seele gefunden habe. Also, nur zuckendes Rot und blutendes Purpur. Gott, gab es dort nicht. Okay. Cannot necessarily disagree. Gut, das ist alles drüben. Dann bist du jetzt dran. Identifiziere mal den ganzen Kram hier. Das hattest du gerade. Den Ups Das da Den Den Das Dies Und jenes Und das Und den So, robuste Eisenrüstung der Luftresistenz. Er fordert Stärke 9. Stärke 9 hat bisher nur sie. Sie hat aber schon eine coole Rüstung. Seht die gleiche für Erdresistenz schon an. Wäre gut, wenn einer auch noch eine Stärke hat. Für dich wäre das vielleicht auf aufsehbare Zeit sinnvoll. Bartachs der Lebenskraft. 44 bis 75. Kein Gewinn. Dicker Sarong der Seele. Giftresistenz. Initiative. Zauberstab. Matta. Goldring des Weisen. Eine Intelligenz. 12 Giftresistenz. Gewährt Fähigkeit. Blitz. Oh. Blitz, you say? Okay. Blitz. Blitz, you say? Ringer seid ihr alle ausgestattet, ne? Theoretisch. Ist Blitz das? Ja. Das kannst du sowieso schon. Könnte es also jemandem geben, der noch gar nichts in der Richtung hat. Komm zurück, Mark. Ja, hier den Ring mit Intelligenz. Den braucht sie eh für nix. Dann bekommt sie den mit Blitz und Intelligenz. Logisch. äh, 27 bis 45, 31 bis 51. Beides nicht so gut. Giftresistenz. Schlossknacken plus eins. Sieh jetzt schmieden. Ah, vielleicht ist Schlossknacken für sie gar nicht verkehrt. Oh, nehmt ihr aber 30 LP weg? Ne, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Erdresistenz und Intelligenz. Was hast du? Intelligenz, Bewegung. Taschendiebstahlung, Gift. Brauchst du nicht. Nimm mal das. Ist besser für dich. Und Sense des scharfe Sense des Kolosses. Vorher wieder Stärke 9. Kann nur sie tragen im Moment. Ist aber nicht so gut, wie die, die sie schon hat. Apropos, was sie schon hat. Müssen wir mal ein paar Sachen reparieren, vielleicht. Das geht noch. Das sollten wir reparieren. Die Waffe definitiv reparieren, bitte. Der ist mal okay. Reparieren. Ach und fröstlich. Gerade die ganze Zeit gesucht, wo es denn steht. Antwort war nirgendwo. 25 von 30 ist noch okay. Das geht noch. Das solltest du. Ja, Sicherheit. Den auch. Den auf jeden Fall. Die Rüstung. Der Hut. So. Jetzt sind wir unten in der Kirche. Und da ist unser Gasse. So. Ja. Fährt nicht mal die Kamera hin. Du. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Entschuldigung. So many folks in dark robes passing through here. I've always wondered if those fancy yellow necklaces, they're always flashing and made of cheese. Probably. Fancy yellow necklaces ist bestimmt der Hinweis hier für den Schlüssel, den wir brauchen, um durchzukommen. What? Huh. Cool. Unheilbar mit Fäulnis-Idee verinfiziert. Das ist nicht so gut. Glückshasenfoto. Ist das so. Saussehunter. Saussehunter. By the health of the seven you're here. There may yet be hope. Perhaps you remember me as a healer. But guards, what a herald of death I've become. I'm beyond redemption now. But you. You alone may save Syseal. May save all of Rivalon from the horror I've summoned. Hello, Gibi. Ist das der Arzt, den ich vermisst habe in seiner Praxis? Ja, ne? King Brackas. Brackas wrecks from the tales of old. He lives. The mad Sorsky. The lord of chaos. I have... ...weakened him. Oh, das schlecht. Was ist hier geschehen? I've done a terrible thing. I've raised a mad king from beyond the grave. I imagine so very foolishly, that I'd be able to extract an ancient secret from him. But with a simple flash of his arcane magic, he was finished. Verkaufst du was? Oh ja. Wir führen das Gespräch sofort weiter. Möchtest du mir was von deinen Heiltränken und deinen Wiederbelebungsrollen verkaufen vielleicht? Bestimmt, ne? Ich kann dir auch im Gegenzug was anbieten. Hier, den brauche ich nicht. Das kann weg. Die. Der. Die beiden. Und du hast noch ein bisschen Gold. Das heißt, ich guck mal. Ähm. Der kann weg. Überhalte ich erstmal. Ja, aber hier, guck mal. Sowas brauchst du doch bestimmt. Oder? Taschendiebstahlregen. Gut, den hab ich noch gar nicht identifiziert. Äh. Und das. Und dann wiegst du mir das mit deinem Gold einfach auf und dann passt das. Dann haben wir einen Deal. Das ist doch mal. So. Ey, ich hab viele Fragen zu diesem König, Braccus. Erstmal. Was meint ihr damit? Ihr habt einen langen, toten König erweckt. Wer ist oder wer war König Braccus? Und warum habt ihr ihn erweckt? Braccus war ein gefährliches Monster. Aber er hat sich die Dinge, die kein Mensch oder Möhrer could have dreamt of. Er ist allein gesagt, dass er ein großartiges Geheimnis hat. Wie zu brechen eine Forge von Souls. Ich versuche, dass ich diesen Geheimnis für eine Frau, die sich der Königin. In exchange she vowed to me a certain power of her own. In hindsight I see, that I dealt with the devil. And I received my damnation. Hindsight 2020, ne? Wie habt ihr ihn aus dem Reich der Toten zurückgerufen? Ihr habt die Untoten bei Saizil versammelt. Mein Geheimnis. Mein Geheimnis sind so viele. Ich kann sie nicht mehr hide. In meinem Geheimnis zu dem Source-King habe ich vor Abominations das nicht ich, oder andere, kann man zerstören. Ich bin... die Gould, die Garde, die Lighthouse, die Barren von Bones, die Twins bei Feuer, mitgebracht. Seine Schmerzen wundern mich. Und sie, in turn, haben sie durch die Graves und Sarcophage von Cyseil, in der Suche von unvermögen Minions. Unvermögen, Sohsander? Unvermögen? Naja, also alle, die du gerade genannt hast, habe ich, glaube ich, schon erwischt. Ich möchte auch etwas über die Mittleren erfahren. Was wisst ihr über die Mittleren? Und was hat die Mittleren euch dafür im Gegenzug versprochen? Was könnte ein ganzes Schmerzen auf die Schmerzen? Meine Schmerzen war Liebe, und es war Liebe, die sie mir geplant hat. Die Konnüte hat mir gezeigt, wie die Schmerzen und Zombies aus ihrer Graves zu bringen. Aber was ich wollte, war etwas viel einfacher. Ein zweites Leben. Ein wahrer zweites Leben für meine Frau Malia. Sie war ein schönes Schmerzen. Sie zerstörte von der Welt des Lebens, weit bevor ihr Zeitpunkt. Wie die Konnüte war, war es einfach. Ein Schmerz für ein Schmerz. Ich zeigte ihr, wie sie die Schmerzen zerstören. Und sie zeigte mir, wie sie sie zurückbringen. Ja, ich bin nochmal weg, ne? Du kannst die Unheiligkeit, die ich erwähnt habe, Source-Hunter. Du kannst die vielen Innocenten, die unter dem Schmerzen zerstören werden. Ich betreue... Nein. Ich glaube, dass du meine Schmerzen zerstören kannst. Das war mal abgeschlossen. Seelenverbindung. Wir wissen noch nicht, was das ist. Untotenplage. Wir wissen, wer schuld ist. Die Suche nach Prakos. Ja, hinter der Tür. Cool. Ich würde sagen, was das ist. Ähm. Ich würde ja. Ich würde sagen, wer das ist, dass wir das sind. Es wäre so. 갈ضwürdig. Ähm. So. Ich würde mal sagen, wer das ist. Also welche aus rosentren? Ich würde gerne, wer das ist. Ich würde gerne deine Hauszeilen lassen. Ausgefallene Nekromantie eine solche Zerstörung verursachen. Korrekt. Sollen wir noch gucken, was hinter der Tür ist? Ein großer Raum. Ein großer Raum mit vielen Dingen, die es zu entdecken und zu sammeln gilt. Und da ist er. Da ist er ja. Komm, ich will mal... Ich habe gespeichert. Ich will gucken, wie es aussieht bei ihm. Ein, der kommt, um den Spiegel zu sehen, um zu sehen, dass der Sovereign von der Größe aufzunehmen, wieder einmal zu sehen. Oder vielleicht bist du der erste in einer langen, neuen Linie. Der erste, der versuchen, mich zu verabschiedern, wieder einmal zu verabschiedern. Oh, durch die Emerald-Eyes der Götter, würde ich glauben, dass ich immer so sehr gut fühle. Die Worte des Stab, die mein Herz verletzte, und die meine Säule schiebte, in die Todes. Aber meine Follower haben es gemacht. Ha! Sie haben es gemacht, wie ich wusste, dass sie es wäre. Blut, die dicke, rote Gravy, die Säule der Säule, hat sich geholfen, bis zu Star-Send-Stonen, und hat die Eterne Schäufe entfernt. Er hört sich auf jeden Fall gerne reden. Ihr seid der berühmte Bracus Rex, nehme ich an. Eine Fäule, die ich vielleicht habe, als die Zeit gedreht wurde, aber ein Fakt, ich bin immer wieder, kleiner Junge. Nichts? Nichts, alle deine Mörder verletzten, wissen, dass sie, die mit Säule sind, haben, die mit Säule verletzten, die Mörder verletzten, immer wieder. Ich verletzte die Säule. Ich verletzte sie. Ich verletzte sie. Ich verletzte sie mit meinem Blut und meinem Leben. Und so ein Krieger geworden wurde ein Sorcerer. Und ein Sorcerer wurde ein King. Ich verletzte sie mit meinem Leben. Ich verletzte sie mit meinem Ries und Kraft. Ich habe gehört, dass ihr auferweckt wurdet, weil ihr ein Geheimnis kennt. Wie man eine Seelenverbindung zerstören kann. Der Grund für meine Ries und Ries und Ries ist, dass ich bereit war, zu sein. Wäre es nicht für die glücklichen Böden, die mich jetzt aufgenommen haben, wäre es eine Mutter, vielleicht ein wiserer Mensch, die so in Zeit gemacht hat. Und Zeit ist keine Rolle, nur zu sein. Eternativ. Eine Frau suche mein Geheimnis. Denn ihre Säule ist entwined mit anderen. Ja, wo sie einmal nicht verletzten waren, jetzt haben sie verletzten, in purpose und intent. Aber meine Geheimnis sind meine ich. Interessant, dass er im Englischen sagt a woman und im Deutschen Leandra. Du musst den Namen verraten. Ich habe genug gehört. Wir Quellenjäger haben euch schon einmal besiegt. Wir werden es erneut schaffen. Ein Geheimnis, Hüter. Also bist du. Während du so viel mehr bist und gar nicht den wissen. Ich weiß es. Kein Problem. Sie sind immer wie du, wie du. Deine Brüder und Schwester-Hunter. Als sie mit mir geschlossen haben. Das erste Mal. Schmerz. Das größte, größte, größte Intangible Schmerz. Schmerz. Die Schmerz. Die Schmerz. Die Schmerz. Ich hatte nur die Schmerz. Und sie rüsten in der Schmerz. Ich habe so viele Schmerz. Ich habe so viele Schmerz. Ich habe so viele Schmerz. Ich hatte so viele Schmerz. Oh, was ein Fisch. Was fünnt von Gravy. Wir hatten. Alas, dass es zu viele sind. Es ist sicherlich. Und ich habe so viele von euch dabei. Obwohl es die Leben neuertet. Ich habe so viele Schmerz. Und von den Auslandern, ihr braucht aber das wenigstens von Kniegerz. Um zu schmerz. Von der schmerz des Knieger. Ja. Wie bist du? Es ist ja so. 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 was ha 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 what the fuck ja der gut vom leuchtturm der doppeltyp den wir heute besiegt haben alle noch einmal alle elite gegner und er hier auch warum der knochen die haben alle drei schon besiegt warte mal wieso kann ich sich nicht belegen das ziel ist zu weit entfernt steht so direkt da na gut dann attacke man kann nicht müssen ganz dringend sie erst mal wiederholen nämlich gleich ein problem ich glaube nicht dass wir die schon besiegen können wow was ist der beste move erst mal noch freunde rufen einfliegen kann man hier mit sicherheit nicht angreifen reicht nicht mehr freie elementar nicht genügend punkte ja können dich wiederholen das ist okay und du darfst bitte mal aus dem feuer raus immerhin hatte brachos mit angezündet wieso ist brachos wieder voll hier stelle hat er sich geheilt er hat sich einfach so wenn er dran ist cool das war klar leben dann vampir angriff auf dich so er war nicht besonders stark den sollten wir noch mal schaffen wenn wir dich umschubsen oh we can not awesome wir sehen also yep Was ist der beste Move? Ich hab keine Ahnung. Schade. Zählt nicht als beschworenes Ziel. Zu weit weg, aber du bist nicht zu weit weg. Und angreifen reicht nicht mehr. Okay. Ähm, ich komm nicht zu ihm hin, ohne angegriffen zu werden. Das ist doof. Es sei denn, ich fahr ihm hinterher. Au. Es ist so gut, dass er wenigstens brennt. Wenn schon nichts anderes. Attack of Opportunity. Heiltrank. Und... Angriff. Der ist kaputt. Heiltrank. Und... Hüpfer. Verkrüppelt ist ätzend. Au. Okay, es ist machbar. Aber eventuell bin ich zu schlecht ausgerüstet und vorbereitet. Ähm. Was hab ich denn hier? Das reicht nicht von der Reichweite. Wenn du dahin gehst. Kannst du ihn nass machen. Ich dachte, ich kann die anderen beiden damit auch löschen, aber damit hab ich nur ihm geholfen. Das war doof. Jetzt wird's gefährlich. Everything is lava. Ich kann ihn zumindest löschen. Das ist wenigstens etwas. Ähm. Silber. Absorbiert. Well. Crap. Ähm. Du musst dich dringend heilen, mein Freund. Und... Du musst dich dringend heilen, mein Freund. Das Gelächtyp ist weg. Ah. Irgendwas hat ihn getötet. Cool. Ähm. Ähm. Angriff. Ähm. Ich hoffe, er überlebt noch so lange, dass er seine Heilrolle benutzen kann. Das wäre wirklich wunderbar. Wie kannst du den verfehlen? Ja, Gott sei Dank. Pira. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Und schon brennt sie wieder. Immer fest drauf. So. Du heilst ihn dringend. Und dann... Der ist im Grunde gegen einfrieren mit Sicherheit. Ähm. Wie viele Punkte hat sie noch? Zwei. Ja, kann sie eh nichts machen. Kann man nix machen. So, ein Heiltrank. Schriftrolle ist beschworenen Wolfs. Vielleicht ist das der Moment, um den nächste Runde mal zu nutzen. Ja, nein. Dir geht's gut. Dir geht's gut. Du hast noch Heiltränke. Guck. Alles ist okay. Äh. Danke. Und du kannst einen untoten Krieger beschwören. Mach das bitte. Wir können gerade alles brauchen an Unterstützung. Der kann Bracus beschäftigen. Und dann löscht du bitte noch ihr Feuer. Zumindest kurzfristig. Wir rufen uns noch einen Freund. Dann nimmt sie auch noch einen Heiltrank. Und... Tant sich. Bärdotter. So, du berufst... Du beschwörst ein Wölflein. Darum läufst du jetzt dahin. Niemand wollte, dass du dahinläufst. Ähm. Was hat er noch? Irgendwas cooles? Schriftrolle der Unsichtbarkeit. Hilft alles gerade nicht so richtig. Mittlerer Heiltrank. Auf jeden Fall am Leben bleiben. So, der Wolf. Brennt zwar, aber... Greift an. Kehl'n Biss. Kehl'n Biss. Achso. Sind mit einem HP durchgehalten. Meanwhile... Tun, was wir können. Du haust da mit drauf. Jetzt ist hier zumindest das Feuer weg. Das ist schon mal gut. Schnapp' ihn dir. Ah. Halleluja. Und er liegt am Boden. Drauf. Auch wenn uns das selbst anzündet, drauf zu hauen. Ähm. Bum, 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 bum. Laus der Move. Hoffentlich. Schlauer Move. Wir werden's merken. Ähm. Ja, schieß drauf. Das war der Rest vom Feuer. Ich ruf mal Nico noch dazu. Und dann gehen wir mal da hin. Damit wir nächste Runde auch agieren können. So. Niedergeschlagen. Ich weiß, dass ich mich selber verbrenne, aber... muss ihm ja Schaden machen. Okay. Okay. Mit den ganzen Beschwörungen zusammen ist es schon deutlich leichter. So, Heilung für... Oh, sie ist tot. Heilung für dich. Und dann läufst du mal dahin. Du feuerst auf ihn. Hast du noch deine Nahkampf- und Enferkampf-Haltung? Nein. Die bitte aktivieren, damit du besser triffst. Danke. Komm schon, geh kaputt. Dann holen wir sie wieder. Jetzt zwar ein bisschen Gamble. Der Hund ist verbrannt. Du fährst ihn um. Und die Beschwörungen sind vorbei. Blitz. Und in den Rücken können wir noch nicht angreifen. Nächstes Mal. Ja, ja. Okay. Er hat sie angezündet. Das ist schlecht. Und er ragt. Das ist nicht so gut. Du hast auch noch einen Halt dran. Hast du? Drei noch. Kostet eh alles vier, ne? Eisgranate. Ob die dann funktionieren würde, ist auch eine andere Frage. Ähm, ich mag nicht, dass du so nahe an mir dran bist. Und wenn ich weglaufe, dann triffst du mich. Schriftvolle der Unsichtbarkeit. Ich habe gedacht, du hättest mich. Miss. nico online kira ach das ist schlecht das ist ganz schlecht das ist richtig schlecht sogar weil du mal aufzubrennen bitte wenn du jetzt kaputt gehst haben wir verloren das wäre unschön du läufst bitte weg das ding ist wenn ich ihn weiter angreife dann brenne ich ja wieder ich hoffe das macht nico nicht weh hat ihn überhaupt nicht interessiert awesome 76 prozent chance zu treffen okay das feuer nervt mich habe ich was um das zu löschen bis ins eis aber dann rutsche ich selber dran aus heilige handgranate halt jeden im umkreis und im radius stark ja ja oh ist nico umgefallen ist seine zeit vorbei doof na komm ich muss ja hin müssen ihm ja wehtun geht ja nicht anders alle man drauf jetzt mit allem was ihr habt komm jawoll stay down wie kriege ich kira jetzt wieder da rolle die wiederbelebung haha gut dass er eine hat fallen lassen also ich gucke mal kurz wie der kampf aussehen würde zu ich mache den mal eben fertig ne heiliges ganor ei 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 da liegt auch noch einer Ja, das war mehr als wofür ich eigentlich unterschrieben hab. Aber hey. Geschafft. Der König ist tot. Erstmal looten. Ob sie erstmal alles im Inventar haben. Was ist nicht erreichbar? Geht auch halt hin. Das hab ich, seine Schreckensherrschaft ist vorbei. Für immer. Ich wollte aber hier noch zu Ende looten. Wie bitte? Ich bin ein Wizard-Hunter. Und das bedeutet, dass ich viele Jahre langsamer. Sie waren immer glücklich. Und du kannst das als eine Verkaufnahme nehmen. Ich war einmal unter Brachis' thrall, verbunden zu ihm durch perfidige Magik. Leben war ein Endes-Sycle von Servitude, Torture und Humiliation. Nur nach dem ersten Source-Hunter ihn wie ein Päckchen war, hat meine Nightmare endet. Wie Sie können Sie sich vorstellen, ich bin Angst, über all die Mäste, dass die Fiend uns immer wiederholfen. dass ich zurück in das Rangspit, das meine Vergangenheit war. Aber er hat es nicht. Und er wird nie. Danke. Ich werde nie dieses Akt der Wälder vergessen. Also, Sie haben von ihr gehört? Ja. Ja, ich wusste Cassandra. Ich bin sofort wieder bei dir. Ich muss kurz gucken, was du verkaufst. Ähm. Feuerball kaufen wir auch noch. Ähm. Das kannst du haben. Das kann weg. Wir haben bestimmt noch was Besseres gefunden als hier. Ähm. Hier ein Bild kannst du haben, das ist auch immer gut. Und den Rest bezahlen wir einfach. Ja, ich hab dir zugehört, ähm, warum hat Brockus seine eigene Schwester in ein Licht verwandelt? Und er hat, amg, auszöxen und свойst kann auszöxen, Er hat sie in eine Leere, die nicht leben oder leben, um zu verbrechen, um die Soulforge zu verbrechen, ohne sich zu verbrechen. Er hat sich nicht mehr gedacht, er hat seine Frau von ihrer Menschheit verbrechen, um sich zu verbrechen, um zu verbrechen, was ihn zu verbrechen. ihm. Sucher Mann war Bracchus Rex. Immortal in seinem Geist und Immortal, um im Endeffekt zu sein. Wie eure Schwerte und Spellen haben demonstriert, aber zu diesem Weltall everlasting Verlust, ist der Rang des Fanzes, was nicht zu sein ist. Wenn Cassandra ein unsterblicher Licht ist, wo befindet sie sich jetzt? Ich... ich weiß nicht. Wenn die Schwesterhunderte besiegt Bracchus' Kastel, wirklich. Obwohl Cassandra und ihr, wie ihr sagtet, mehr als nur Freunde waren. Und was steht jetzt, da die Sache mit Bracchus erledigt ist als nächstes an? Sie haben sie Endeffektiviert, was auch immer es sein. Es ist also wichtig, dass wir ihre Schwesterhundern finden. Wie ihr gelernt habt von der accursen Dio, der war Jake und Evelyn, die White Witch ist irgendwie involviert. Ich versuche für ihre wunderschöne Natur, aber ich kann nicht versuche für ihre aktuelle Verständnis. Hat sie vielleicht korruptiert von ihrer Freundin? Oder haben sie sich in einem Geheim-Kat und Maus geschlossen? Keine Art zu wissen, bis ihr sie findet. Was ich weiß, ist, dass sie in einer Kabin, tief in der Lekula-Forest, nach dem Norden. Wenn ich irgendwo, dann sage ich, dass deine Gelegenheit dich weiterführe. Ich bin immer weg. Sehr gut, Hunter. Meine Gratitude ist deine, wie ist meine Service. Es ist verrückt, Source-Hunter. Ich habe viele Geschichte von Brachas-Rex, der Regier der Radiant. Und Brachas-Rex, Brachas von unserer Lande blühten. Wie kann es sein, dass die Geschichte ihm ein Hörer, wenn er, in Wahrheit, ein Tyrant ist? Ich weiß nicht. Achso, ich muss das beantworten. Äh... Geschichte wird durch Macht geschrieben, nicht durch Wahrheit. An diesen Geschichten ist nicht mehr Wahrheit, als Fische fliegen können. Aber... Du kannst nicht denken, dass alle Geschichten von älter Fiktion... Was über Thrice? Was über Amira? Und die Zyklen der Elven-Barde? Wenn sie falsch sind, wenn sie durch Macht geschrieben werden, wie du sagst, wie gut sie können? Wie kann sie sein? Ein wieser Mann, wie Jarrett, hätte sich nicht mit... ... mit Propaganda, wie du sagst. Er ist ein Mann von Erkenntnis. Nein, ich bin sicher, dass du falsch bist, Source-Hunter. Okay. Muss ja nicht stimmen. Was sollen wir hier noch mitnehmen? So, dann gehen wir alle mal einen Schritt von dieser Truhe weg. Ich glaube, ich habe einen Schlüssel dafür gefunden. Maybe I have not. Dann darfst du das machen. Auch hier. Du verstehst nicht. Ich nehme es halt mit. Ich habe zu viel zu tragen. Was? Kannst du die alten Eisenthronen tragen? Danke. Lösch mal bitte, damit ich da langlaufen kann. Wo wir gerade dabei sind, heilt auch mal hier die beiden bitte. Und du heizt dich selber. So, was kann ich hier alles anfassen? Inventar-Management machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wird er nämlich gleich mal langsam zum Ende kommen für heute. Aber ich will den Raum hier noch zu Ende looten. So viel Zeit muss sein. Was? Was hat mich da getroffen? Mitnehmen? Feuerpfeil. Ich will den Raum. Identifizieren. Inaktiver Stein. Mitnehmen. Gebeine. wasen herzen Okay, ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles geplündert, was es zu plündern gab. Das noch nicht. Oh, das Schloss hängt noch da. Cool. Ähm. Wie sieht's hier aus? Die Suche nach Brackos haben wir abgeschlossen. Ja, wir müssen jetzt Licht ins Dunkel bringen. Die Untotenplage. Wir haben es geschafft. Wir sollten Leutnant Selenia die gute Nachricht überbringen und ihr Bericht erstatten. Das machen wir nächstes Mal. Rausfinden, wer Cassandra ist, müssen wir. Mehr über die Seelenverbindung erfahren und die Hexe im anderen Gebiet finden. Da haben wir ja ein bisschen was zu tun. Dann speichern wir jetzt mal. Sehr gut. Schon bisschen erfolgreich. Das hört man gern. Machen den hier aus. Puh. So, und dann schmeiße ich euch noch zum Kaninchen rüber. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind weit gekommen. Endlich Fortschritt. Gefühlt heute mal richtig Fortschritt gemacht. So viel wie noch nie, glaube ich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und genießt noch den Rest von eurem Wochenende. Wir sehen uns dann wie immer Discord nächsten Freitag. Ihr wisst Bescheid. Ihr kennt das ja. Ist ja nichts Neues. Ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.